Zerstörungsprozedur 3 Zerstörungsprozedur 3 Zerstörungsprozedur 3 Hahahaha Das werden wir ja sehen Ah verdammt hat mich getroffen Du überschätzt mich Jade Wenn du mir nicht ein Paar dieser PB1 Ja Ähm Ich hab die Wanderlust Nee, doch nicht Auf geht Das macht mich krank All diese mechanischen Wunderwerke platt machen zu müssen Perfekt, perfekt So Gut, sicher um Nee, wir haben sie sicher um vergessen Scheiße, Moment Mal zurück Oder? Haben sie genommen? Nee Ach Ach nee, oder? Eindringlinge Eindringlinge Zerstörungsprozedur 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 7 6 7 7 7 7 8 8 8 10 11 11 12 8 Ist jetzt kaputt Los geht's Ich werd zum Affen Onkel, nichts Persönliches Jade. Hier werden sogar die Aufzüge misshandelt. Halt durch alter Junge, Onkel Paige wird's richten. Kannst du ihn reparieren? Hey, vor dir ist. Aber bitte erwarte kein Wunder. Wenn ich das Kabel dann sehe, hat es einen Schlag gegeben. Hey, ihr braucht immer noch einen neuen Schrittmacher. Du denkst doch daran, oder? Die Sicherung? Ich hab eine. Die sollte es tun. So, mein Freund. Jetzt solltest du wieder funktionieren. Okay. Er scheint es wieder zu tun, Jade. Aber ganz schönes Pflegwerk. Lange wird er es nicht halten. Aber immer mal, bevor der Aufstieg wieder kaputt geht. Das haben wir ja prima hingekriegt, Partner. Freu dich nicht so früh, Jade. Die dicke Frau hat noch nicht gesungen. Das sieht nicht sehr gut aus. Übrigens, Jade. Hier, die ist letztens für dich gekommen. Du schaust sie dir besser mal an. Warum hast du sie mir nicht eher gegeben? Vielleicht ein neuer Auftrag. Hm. Ja, möglich. Entschuldigung. Aber es war hier immer so viel los. Wirklich ein bisschen besorgt, der Diggerli, ja. So, mal gucken. Oh, klar. Da braucht der. Der da, ich hier. Oder andersrum. Oh, paddeln. Oh, paddeln. aber nicht schlecht süße ohne dich wäre ich jetzt drei jahr schmeckt gut wo lang bleibt versteckt wir müssen erst rausfinden womit wir es hier zu tun haben okay bin gleich zurück ich würde hier perfekt jetzt müssen wir quasi nur noch gucken was in denen drin ist also quasi wie die aussehen ohne ihre rüstungen warte mal ganz kurz da ist eine weiße ratte so ist immer auch wo wir sind ich muss mal gucken ob man diese ratte da fotografieren kann jetzt ist sie da jetzt ist sie weg super ich denke wahrscheinlich von der anderen seite aus das geht nicht ich habe keine plasme im album moment fotoalbum so meine oder ja komm löschen 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 so gut nix genau was ist hier runter es geht nicht das kommt von da drüben Ja, super, wir kommen wieder jetzt rüber. Ähm... Ach, verdammt, da war jetzt noch die Maus. Ja, komm schon. Hm, das geht nicht. Das war nichts. Das war nichts. Okay. Scheiße, es ist so, wie es jetzt nicht. Na, egal. Das kommt von da drüben. Ich gehe. Page? Page! Ich komme! Hau ab, du ehlender Frege! Hau! 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 Hau ab, du ehlender Frege! Hau ab, du ehlender Frege! Ja, große Scheiße! Ähm... Moment. Mal gucken, ob ich von hier aus rankomme, die Tür zu öffnen. Hau springen! Hau springen! Ah, da ist was! Moment! Ha! Perfekt! Zum Glück haben die Tisten meinen Handabdruck. Soll ich mal sagen, nochmal speichern hier? So, speichern! Ja, wir wissen, wie wir es lieben. Und dann, wie wir uns lieben, wie wir uns lieben, wie sie aufибenehmig werden.